Mir ist kalt, aber ich schwitze in den Handflächen. Mein Kopf tut weh, aber anders als sonst. Kein durch zu langes Fernsehen oder einen abrupten Wetterumschwung verursachter Schmerz. Die Haarwurzeln brennen, als könnten sie das Gewicht, das sie nach draußen zieht, nicht mehr lange halten. Mein rechter Fuß bewegt sich unaufhörlich auf und ab, die Ballen hämmern auf den Boden. Mein Kiefer zittert. Ist das Nervosität? Nein. Es ist ein kalter Entzug. Der Mund so trocken, dass ich nicht mehr schlucken kann, jeder Muskel angespannt. Wie lange liegt der letzte Bissen zurück? Fünf Tage, drei Stunden, 20 Minuten? Nein. 15 Tage. Ein paar Wochen. Ein paar Jahre. Ich weiß es nicht. Ich stehe, ich weiß es nicht. Was?